In den vergangenen Jahrzehnten haben Private Equity Investitionen zeigen können, dass sie das Potenzial für höhere Renditen im Vergleich zu traditionellen Anlageklassen haben können. Da diese Performance Vergleiche auf historischen Daten beruhen, können sie natürlich keine Aussagen für die Zukunft treffen. Woran aber könnte es liegen, dass Private Equity Fonds mehr Ertragspotenzial bieten als zum Beispiel ein konventioneller Aktien- oder Anleihefonds? Ein wesentlicher Grund ist das aktive Management. Die Private Equity Fonds engagieren sich im Dialog mit dem Management direkt im Unternehmen und leiten zum Beispiel operative Verbesserungen ein. Das kann im Laufe der Zeit zu einer erheblichen Wertschöpfung führen, die mit dem Verkauf des Unternehmens realisiert werden kann. Da sich Private Equity Investments häufig nicht im Gleichklang mit anderen Anlageformen entwickeln, können sie außerdem zu einer besseren Risikostreuung durch beispielsweise verschiedene Themen, Geografien und Ähnlichem im Gesamtportfolio führen.